Ich bin ein fahrer Mann. Ich bin ein fahrer Mann. Hallo, Santa. Du bist der Beste. Ich will viele Besen dieses Jahr. Ah, Dreck. Das war doch einfach und schnell. Schau, wer jetzt ist. Nein. Hä? Das zählt er nicht? Na? Ja! Mach nur ein gutes Foto. Machen wir. Entschuldigung, Junge. Es ist ein Reindeir, um zu beenden. Er riecht wie Horspupp. Er riecht wie Horspupp und Alkohol. Zwischendurch lachen die auch mal hier. Na, na. 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 Oh Mann, ich wusste, dass das gekommen wäre. Was über das du sprachst? Sie ist mit deinem rissen Kind Gord. Ich weiß, dass sie ist. Wie wirst du das wissen? Willst du mich herausfinden? Ich kann das Suspense nehmen. Schau, mich am Unterpass in deinem neuen Coventry heute Nacht. Wir bekommen die Beweise. Bring eine Kamera und dann wir uns das. Once and for all. Küssen, Händchen halten und Geschenke überreichen. Sollte ich hinkriegen. Kann man eine Hand nehmen. Und, let's go! Aber die Hupen, die gehen mir auf den Zwechfell. So, wo sind die Witch Kids? So, und noch beim Geschenke überreichen und beim Küssen. Haben wir auch erledigt. Shit. Schlechtes Foto. Komm, geh mir mal aus dem Weg. Ich will doch nur Fotos machen. Achso, die beiden haben auch so einen Radius. Alles klar. Komme ich denn von da nach da da auch hin, oder? Für mich? Oh, danke. Okay, da vorne ist was. Gutes Foto. Bring die Fotos. Johnny. Mach sofort. Eine GG-Karte. Nice. Na, Lola, das hätte ich wohl nicht getan. Das hätte ich nicht getan, den armen Johnny so reinzulegen. Hi, Johnny. Hier sind die Fotos, Johnny. Lola ist ein bisschen ein Slut, es scheint. Hm? Hm. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh geil, mein Enki immer wieder Plus-Prozente. So. Geht direkt weiter hier. Geil. Der Köder. Der Köder. Was hat diesen Gourdes-Karten, den ich nicht haben? Äh, nichts? Du denkst, es ist lustig, nicht wahr? Du denkst, ich bin ein Schalz? Na, mein kleiner Freund, ich bin der König hier. Ich! Ich weiß, du bist der König. But my queen is a slut! And now everybody's laughing at me! Well, not anymore! I'm not laughing. Good. Good, kid. You and me? We're gonna teach young Gord to keep his dirty paws off my woman. My queen! Get him to the abandoned building in New Coventry behind Union Hall. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Hm, nice. Das gefällt mir die Art. Finde Gord in Bulfworth. Und wir klauen jetzt mal das Fahrrad hier. Ein Fahrrad, was mir gefällt. Hier so ein schönes Rennrad. Voll umgenockt, die Alte. Das Rennrad ist aber geil, ey. Nee, ich komme aber schneller. Warte mal darum. Der kommt schon. Was ist der denn? Also da. Komm! 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 Und nun? Ah! Geil! Ja! So, lynch die ihn so. Geil. Bei denen kriegt man wenig Respekt dazu. Bei den anderen immer minus, 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 minus. Geil, aber ich bin langsam kaputt. Ich bräuchte mal so eine schöne Beam-Cola hier. Gibt es aber auch nicht. So, den Biker-Park. Ah, da kommen wir doch raus. Da kommen wir sogar mit dem Fahrrad raus. Ne, ich kann euch nicht helfen. Du hast mich mit dem... Hallo? Mit Baseballschläger? Hackt es bei dir noch? Oh, zwei neue Ziele. Ah, jetzt gehen die bestimmt auch andersrum. Auch noch auf sich drauf. Weiß ich noch gar nicht, weil die beiden an der Schule da hängen. Die Dinger. Jetzt bin ich am überlegen, mal eben noch da hinten hinzufahren, um mir einen neuen Move zu holen. Das ist, glaube ich, eins von der sinnvollen Sache. Ja. Power. Power. Da kommst du gar nicht klar mit dem Fahrrad hier. So, komm. Kann ich das hier auch reinparken? Achso. Kann ich nicht anscheinend nicht parken. Ah ja, ist auch egal. Jetzt gehen wir noch zu dem Penner hier und holen uns wieder einen nächsten Move. Nämlich ein bisschen Hilfe 5. Hier. Er könnte doch der Bruder sein von dem Weihnachtsmann. Eindeutig. Gut, zu sehen, dass du mich nicht vergessen hast. So. Was haben wir denn? Achso. Eins, zwei... Wontos Kick.